Das 272. Frankenderby steht an und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge unserer wunderbar fränkischen Reise mit dem 1. FC Nürnberg, mit dem Klub, mit dem aktuellen Tabellensechsten, der ja, zumindest mal ergebnistechnisch noch nicht so ganz so wirklich erwacht ist aus dem langen, langen Winterschlaf. Ihr habt es mitbekommen, zuletzt die 4-1-Niederlage gegen WN Wiesbaden, jetzt im letzten Part ein 0-0 gegen Kaiserslautern, jeweils die Partien gegen die damaligen letzten der Tabelle. Da geht natürlich ein bisschen mehr, aber alles vergessen, auch aus Sicht der Fans, wenn man das heutige Spiel gewinnt. Es ist Derby-Time, Freunde. Wir gehen heute rein und wollen im 272. Frankenderby, nachdem wir im Hinspiel ja bereits schon gewonnen haben, auch im Rückspiel den Derbysieg einfahren. In dem Sinn, wenn es euch heute wieder gefällt, lasst gerne ein Däumchen nach oben da. Wenn ihr mehr sehen wollt, lasst ein Abo da und verpasst nichts. Checkt gerne die Links in der Videobeschreibung für nahezu tägliche Livestreams, unter anderem morgen 10 Uhr sind wir wieder mit am Start. Und wenn ihr euch den FM holen wollt, dann natürlich auch gerne vorbeischauen und den FM holen und vor allem zocken. Ist ein geiles Spiel, Freunde der Sonne. Das soweit dazu. Ansonsten, ich weiß nicht, ob man es gerade noch hört. Ich denke mal fast schon. Es ist nicht Köln mit der Frosch, der heute die Sprecherrolle übernommen hat, sondern ich bin leider Gottes immer noch angeschlagen. Ich habe hier meinen Tee neben mir. Ich habe mir jetzt heute, nachdem es vorher viel Salbei, Kamillentee und sonst was gab, auch mal was mit ein wenig anderem Geschmack gegönnt. Französische Pflaume ist es heute, Freunde der Sonne. Deswegen entschuldigt, falls ich zwischendurch mal wieder und sonst was für Geräusche von mir gebe. Nicht wundern, einfach drüber wegkönnen. Das soweit dazu. Nichtsdestotrotz, ich habe es im letzten Part auch schon angesprochen, ist es ja mein Ziel. Ja, das funktioniert vielleicht auch nicht immer. Und wenn es mir jetzt richtig blöd gegangen wäre, dann hätte ich da natürlich auch eher darauf geguckt, dass ich noch nicht jetzt die Folge aufnehme, sondern Gesundheit geht natürlich immer vor. Das wisst ihr ja auch. Aber mein Ziel ist ja so ein bisschen, euch so eine Art Daily-Folge zu präsentieren. Und nachdem es mir heute zumindest mal insgesamt wieder schon deutlich besser geht, als noch am Wochenende, wollen wir das doch einfach mal probieren. So, nicht lange schlagen wir gehen rein in die Trainingswoche. Hatten ja jetzt zuletzt in der Partie gegen Lautern zumindest mal die Null gehalten. Ich würde nichtsdestotrotz wahrscheinlich hier sogar mal zwei Defensive-Einheiten mit reinnehmen. Einmal Ballbesitz und kurz bevor es in die Partie reingeht, nehmen wir die Offensive, ganz klassisch die Standard-Variationen. Beim Ballbesitz gerne die Ballverteilung und das Herausarbeiten von Chancen. Und dann machen wir gerne hier Zweikampf, Zweikampf, einmal... Ah, Teamgeist habe ich hier. Nee, dann mache ich hier soziales Engagement und hier möchte ich nochmal den Teamgeist reinnehmen. Und eine weitere Defensive-Einheit, nämlich aktives Verteidigen. Ich glaube, das ist ganz, ganz so weit und so gut und überhaupt in Ordnung. Ansonsten gibt es, glaube ich, nicht allzu viel zu besprechen. Vielen Dank, einmal mehr natürlich für die ganzen Kommentare. Es war unter anderem auch noch mal eine Idee bezüglich eines neuen Systems. Fand ich sehr spannend. Möchte ich aber insofern gar nicht größer und näher darauf eingehen, dass wir natürlich immer nur so ein bisschen, ich sage mal, eine Taktik spielen können. So mehr oder weniger. Also, oh, einen Tag nur. Ich weiß, ich bin auch jemand, der tendenziell wahrscheinlich zu sehr dazu neigt, Taktiken zu schnell anzupassen und immer mal wieder was Neues probieren zu wollen. Oder vielleicht auch, wenn es mal kurze Zeit nicht so läuft, sich überlegt, was könnte man taktisch ändern. Und ihr habt dann schon wieder ganz andere Ideen vor mir. Obwohl das vielleicht öfter mal gar nicht so unbedingt das Problem ist. Sondern Kleinigkeiten einfach nicht passen. Deswegen vielen, vielen Dank. Schreibt mir da gerne, wie gesagt, weiterhin alles rein. Ich lese mir auch alles durch. Aber aktuell ist ja ansonsten jetzt nicht allzu viel zu besprechen. Es ist halt mitten in der Saison. Winterpause durch. Rückrunde startet. Deswegen Abfahrt. Was ich euch mitsagen kann, aber ihr habt es ja wahrscheinlich schon mittlerweile mitbekommen. Gehe ich mal ganz schwer von aus. Während wir hier nochmal den ein oder anderen... Oh, Stafilides, Freunde. Den gibt es ja auch noch, ja. Den gibt es ja auch noch. Schaut euch den mal an. Wir hätten auf jeden Fall mal mit scouten. Ezra Döst. Mit einem sehr schönen Bild. Ich glaube, den haben wir in der SBX-Twitch-Karriere auch schon mal gesehen. Das Bild kommt mir bekannt vor. Keeper und einen Innenverteidiger auch nochmal. Ne, und zwar ganz verrückt. Also es ist noch nicht offiziell vermeldet. Ich nehme hier gerade auf. 18.27 Uhr. Was haben wir heute? Montag. Es ist noch nicht offiziell. Aber so gut wie bestätigt von Kicker und Co. Äh. Das Kollege Schnürschuh. Ähm. Den Walter wollte ich schon sagen. Steffen Baumgart. Beim HSV zurück ist. Freunde der Sonne. Wenn es hier kurz mal ein bisschen hängt. Es tut mir leid. Hallo? Test, Test? FM? Was gibt es zu laden? Es ist nur ein Franken-Derby. Ähm. Ne, aber Steffen Baumgart zurück. Absolut verrückt. Bin ich mal sehr gespannt, wie das läuft. Ich habe ja Onstream angesprochen und gesagt, wenn Steffen Baumgart zurückkommt. Geht das wieder? Ja, das geht wieder. Was war da denn jetzt gerade los? Äh. Wenn Steffen Baumgart zurückkommt, dann steigt der HSV auf. Also ich bin mal sehr gespannt, ob wir damit Recht behalten. Oder wie das am Ende des Tages laufen wird mit Baumgart bei den Hamburgern. So. Jetzt kommen wir zumindest mal einen Tag voran. Das ist doch schon mal auch was. Nachdem es, wie gesagt, jetzt irgendwie ein bisschen länger geladen hat. Äh. Auch ganz interessant, aufstellungstechnisch, Kastrop und Flick beide gelb vorbelastet. Da müssen wir mal gucken. Ähm. Für die nächsten Wochen im Derby werden wir natürlich aber logischerweise die absolut beste Truppe aufstellen. Und auch ein Kommentar von euch. So ein bisschen dieses Duo Hayashi und Okunuki hat sehr gut funktioniert. Stimme ich euch auch absolut zu. Chan Uso, den ich ja gerade so ein bisschen versuche ins Laufen zu kriegen. Das klappt noch nicht so ganz. Und den Kenan Yildiz haben wir auch noch mit dabei. Also mal gucken, wie wir da gleich in die Derby-Partie starten. Sicherlich natürlich auch eine gute Möglichkeit immer noch den ein oder anderen Spieler, vor allem dann so einen kreativen, den schnellen, den quirligen Spieler nochmal auf der Bank zu haben. Den du dann irgendwie kurz vor Schluss reinbringen kannst. Aber gut, wir gucken es uns an, Freunde. Die Westforsstadt ist, wie whoscored.com berichtet, leichter Underdog in der Partie gegen Nürnberg, die sich als enge Begegnung erweisen sollte. Wir können auf Platz 5 springen und Hertha eventuell überholen. Die Westforsstadt könnte auf 11 springen. Okay, Jungau fällt aus, Itter fällt aus und Lämperle ist fragwürdig. Zuletzt drei Niederlagen. 1, 2 im Pokal. Alter, was haben die hier für eine Unentschieden-Serie hingelegt? Junge, Junge, Junge. Dann gegen die Hertha 1-0 verloren und in Hannover 3-1 verloren. Boah, wir können denen so ein bisschen den letzten Stoß geben, Freunde. Den letzten Stoß. Wir gucken mal. So, Finn Jeltsch, auch da nochmal kamen die Kommentare von euch, ihn eventuell spielen zu lassen. War jetzt ja noch so ein bisschen angeschlagen. Müsst ihr mal gucken. Also ich hab mir das tatsächlich auch mal gerade auf Stream oder off YouTube, ihr wisst, was ich meine, hab ich mir das nochmal angeschaut. Auch die Beschreibung gerade. Solider Spieler für die dritte Liga. Ich glaub, das kann sich natürlich auch sehr schnell ändern, wenn der sich so ein bisschen reinfindet. Wäre mit Sicherheit natürlich ein interessanter Spieler. Brauchen wir überhaupt nicht drüber reden. Jetzt ja auch am Wochenende für den Klub in Real Life seine ersten Profiminuten gesammelt. Müsst man echt mal gucken. Lass uns den mal ganz kurz vergleichen mit einem Gürlejen. Wobei Gürlejen ja bei uns echt brutal ist. Aber da seht ihr im physischen Gürlejen natürlich nochmal ein bisschen besser. Bringt auch nochmal einfach ein bisschen mehr mit. Ansonsten schon mal insgesamt recht ausgeglichen. Das kann man festhalten. Ich meine, Finn natürlich im Vergleich zu Amo auch der technisch einfach bessere. Ballernahme zwei mehr. Dribbling vier mehr. Gut, ist jetzt nicht ganz so dramatisch. Passen auch nochmal zwei mehr. Technik nochmal einen mehr. Und Tackling auch besser. Und Deckung gleich. Stellungsspiel auch gleich. Also man müsste fast nachdenken. Gürlejen ist halt so ein klassischer Spieler. Den du in so einer Liga wie in Liga 2 eben gut gebrauchen kannst. Mit seiner absoluten Füße. Hier 16 Kraft, 16 Sprunghöhe. Bayer, ich glaube 1,93 oder was. Und 90 Kilo. Nicht, dass Finn hier ein Hungerhaken wäre mit seinen 17. Aber bringt natürlich nochmal eine andere Komponente mit. Und vielleicht nochmal kurz Spaß. Es ist halber die zwei vergleichen, die sich dann tendenziell eher ähneln. Wobei Horn wahrscheinlich natürlich auch auf der Außenverteidigerposition nochmal ein paar Sachen mehr mitbringt. Ja, die dann natürlich insgesamt in den Durchschnitt reingehen. Weiter Einwürfe ist uns komplett wurscht. Genauso Flanken ist auch eher egal. Da ist er natürlich deutlich besser, der Horn. Ansonsten sehr, 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 sehr ähnlich. Also in den wichtigen Attributen nehmen sie sich gar nichts. Im technischen Bereich. Gut, in der Mentalität ist ein Jannis Horn Ja Ich würde sagen, einfach noch ein bisschen ausgeglichen eigentlich auch nicht. Wobei er zumindest überall über 10 hat. Es nimmt sich auch nicht viel. Schneller ist er noch. Besseren Antritt und schneller. Also vielleicht doch was, was wir bei Finn nochmal ein bisschen lernen sollten. Und trainieren sollten. Aber ist jetzt kein ganz großer Unterschied, ne? Gerne nochmal absolute Meinungen da unten reinschreiben in die Kommentare. Finn Jeltsch in die Startelf? Ja oder nein? Freunde der Sonne. Also über, über früh oder lang sagt man das so? Ich glaube, da sagt man so. Ist er da natürlich drin. Und ich möchte ihm ja auch die Minuten schenken. Aber ich, ich weiß es noch nicht, wie wir es genau machen. Jetzt gucke ich trotzdem nochmal, ob ich den mit reinnehmen kann, während meine Nase juckt. Super. Morgen spielen die. Dann darf er für die U19 Morgen gerne 90 Minuten spielen, weil heute werde ich ihn auf jeden Fall mal nicht von Beginn an bringen. Aber bin ich, bin ich offen. Nur die Frage ist halt dann wirklich, also du kannst ihn natürlich für den Gürleien bringen, aber dann hast du schon relativ wenig Größe in der IV. Horn 1,86, Sprunghöhe 12. Und Finn Jeltsch 1,85, Sprunghöhe 13. Wie gesagt, Amo bringt da einfach nochmal mehr mit. Und man muss auch dazu sagen, wir können ihn eigentlich nicht rausnehmen, weil der Mann hat in 20 Spielen eine Durchschnittsnote von 7,02. Also der ist ja wahrscheinlich besser als Horn. So ist es. Horn mit 6,7,4. Ist es das Ende von Jannis Horn, meine Damen und Herren? Ist es das Ende von Horn? Ist die neue IV Jeltsch gemeinsam mit Gürleien? Naja, ich bin sehr gespannt. So, Fundu darf da ran, Hangbo darf da ran, Lawrence darf da ran. Ich nehme schon mal alle mit dem gelben Böppelchen da mit. Und ansonsten ist die Frage, wie wir es angehen. Kanja würde ich eigentlich eher mitnehmen, denn Jeltsch würde ich mitnehmen. Jeltsch würde ich mitnehmen, Jeltsch würde ich mitnehmen. Brown oder Handwerker, bin ich mir noch unsicher. Karl Klaus kann spielen morgen gegen Aschaffenburg. Ali Luden würde auch nicht von Beginn an zumindest spielen. Weckeser ebenfalls nicht. Johannes Geis ebenfalls nicht. Die können alle 90 spielen. Und den Rest lassen wir mal. Jetzt muss ich nur noch mal spaßeshalber schauen. Chamra ist in Kürze wieder voll einsatzfähig. Oh, da ist angeblich Vitesse dran. Lass uns auch mal schauen. Bei Hangbo ist es Utrecht und Wollnam per Laie. Das kennen wir schon. Bei Golle auch ein paar zur Laie. Und bei Niklas Jan auch noch mal ein paar Transfers. Bochum hätte da ja so gebaggert an Niklas Jan. Die frechen Bochumer, die die Bayern geschlagen haben. Okay, wir fahren aber fort. Das können wir, glaube ich, soweit lassen. Das ist in Ordnung. Aber dann kriegt der ein oder andere Spielpraxis. Auswärts jetzt im Derby und danach zu Hause gegen Braunschweig. Es sind so viele Möglichkeiten, die wir jetzt kriegen. Leider ja aus den letzten zwei Spielen nur einen Punkt geholt. Es kann mal passieren. Deswegen dürfen wir da nicht so böse mit der Mannschaft umgehen. Weil, dass wir nach 22 Spieltagen immer noch so eng da oben dran sind, hätte ich jetzt auch nicht ganz gedacht. Ein Aufstieg, das haben wir auch schon mehrmals besprochen. Käme wahrscheinlich eh zu früh. Und die haben Tickets und Rgotta. Also, muss Gürleien spielen. Das ist schon mal eh klar. Ein bisschen gegenzuwirken. Aber es wäre natürlich Wahnsinn gewesen, wenn wir die Punkte geholt hätten. So, wir gucken mal ganz kurz rein. Hayashi mit dem Tor gegen Wien-Wiesbaden. Ansonsten notentechnisch auch nicht so wirklich am Start. Ich glaube, ich werde ihn wieder Okonuki mit dazu stellen. Mats Möller-Dehli auf der 10. Das würde bedeuten, kein Can Usun von Beginn an. Usun und Kenan Yildiz als Super-Subs auf der Bank. Teil an Duman weiterhin. Cardillero. Das ist in Ordnung. Ich glaube, Chamra könnte spielen, oder? Das möchte ich mir nochmal anschauen. Chamra wäre schon besser als Enrico Valentini. Wobei Walle natürlich auch, kein Fitnesstest erforderlich, als Nürnberger Bub das machen kann. Dann würde ich aber, glaube ich, fast Chamra auf Angreifen schicken. Und Handwerker auf Unterstützen. Brown erst mal nur auf der Bank, im Fundo sowieso. Jetzt müssen wir nochmal gucken. Julian Kanja würde ich ganz gerne aber mitnehmen. Die Frage ist nur, wenn wir das machen, mit welchem IV können wir planen? Da hätten wir dann dementsprechend nicht so wirklich jemanden. Okay, warte mal. Dann nehmen wir im Fundo mit, Valentini mit, Brown mit. Eventuell nehme ich einen... Ali Loon eher nochmal raus, Fragezeichen. Benedetto Puerta? Ich glaube fast, dass wir es so machen können, oder? Oh, ich hätte gerne mehr Plätze auf der Bank. Freunde, wisst ihr noch die Zeiten im letzten FM, als man noch die Torhüterposition einfach mit einem Spieler besetzen konnte? Mensch, waren das noch Zeiten. Ah ja, 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 meine Nase läuft. Äh, nee, ich glaube, wir werden so machen. Ich glaube, wir werden so machen. Wir werden hier aber ein bisschen runterschrauben. Wir werden von Beginn an kreativer spielen wollen. Ich will, auch wenn wir natürlich auch nicht aus der allerbesten Situation herauskommen, die Fütter da unter Druck setzen. Und dann passt das, meine Damen, meine Herren. So ist es. So ist es. Oder? Ist es so? Ich bin mir ein bisschen unsicher. Es ist ein Derby. Egal, es ist so. Wir gehen rein. Freunde der Sonne. Das 272. Franken-Derby findet jetzt statt. Alexander Zorniger gegen Lukas Hösch. Alexander Zorniger, der Mann, der sich interessant geäußert hat. Nennen wir es mal so, wem denn der Fußball wirklich gehört. Und damit gehen wir jetzt rein. Es geht in die Westforsstadt. 3, 4, 1, 2. Das soweit die Formation. Hinspiel meines Wissens nach. Ich bin mir nicht mehr ganz zu 100% sicher, aber relativ. War, glaube ich, ein 2-0 für uns. Wenn wir das wiederholen können, beide Spiele zu gewinnen, dann gehen wir da schon mal so ein bisschen durchaus in die Geschichtsbücher. Ein ist too much, ne? Fast ein Horn kann klären. Aber ich würde mal sagen, als neuer Trainer die ersten beiden Derbys direkt zu gewinnen, gibt Schlimmeres. So. Aber es gibt die Ecke für die Spielvereinigung. Und ich trinke mal ein Schlückchen von meiner französischen Pflaume hier. Julian Green steht bereit. Wird den also in die Mitte bringen. Vorerst mal geklärt. Branimir Rgota. Gieselmann wieder. Green. Hayashi. Nix, nix, nix. Zeigt er auch gleich an. Hayashi bleibt aber leider an Green hängen. Und verliert dann auch noch den Zweikampf. Jamra kann klären. Die Westforsstadt will ordentlich was wissen. Kommt mit viel Druck. Aber wir haben Christian Martinia. Der fängt ihn ab und sorgt erstmal für ein bisschen Ruhe im Sechzehner. Sehr, sehr wichtig. So. Sieben Minuten durch. Ich ermutige mal ein bisschen. Erster Abschluss jetzt auch für uns. Ballbesitz kippt ein wenig mehr in unsere Richtung, wollte ich gerade sagen. Und dann kommt die Ecke. Martinia, der geblockt wird. Einmal bitte aufpassen. Flanke kommt rein. Abgelegt. Nochmal auf. Julian Green. Gieselmann. Hat da die abgefälscht. Ecke. Nächste Möglichkeit für die Westforsstadt. Zeigt sich in der Statistik noch nicht so krass wieder. Aber ich habe nicht so ein gutes Gefühl gerade. Weiß nicht, wie es euch geht. Es fühlt sich gerade alles nicht ganz so toll an. Wieder Green. Wieder die Flanke. Vorerst geklärt. Green auf Michalski. Gieselmann. Gieselmann. Ganz stark von Chamra. Gibt den Eingriff. Entschuldigung. So. Nächste Eck hinterher. Wir kommen noch nicht so richtig rein. Baranimi Ergota. Michalski. Uh. Wir trinken nochmal einen Schluck. Nochmal Ergota. Gürligen. Einfach mal weggepolzt. Das Dingball kommt auf Okonuki. Okonuki wird gefoult und das tut gut. Chamra mit einer 7,0. Bisher der Beste bei uns. Gerade mit dem Monsterblock. Und ich fordere mal tatsächlich ein bisschen mehr. Erster Treffer fällt. Karlsruhe 1 zu 0 auf den Betzenberg. Und ich werde es hier mal so angehen. Disziplinierter und ruhiger spielen. Wir kriegen zu wenig Ruhe in dieses Spiel. Möller-Dili kommt nicht ran. Dann Flanke ist da. Ball ist vorbei. Abuja war es. 25 Minuten durch. Noch kein einziges Highlight von uns. Wieder Ergota. Wagner. Balleroberung. Amo Gürligen. Auf Jens Kastrop. Chamra. Versucht das. Nimmt das mit allen auf. Ne. Wählt nochmal den Weg über. Gürligen nochmal. Chamra. Guter Ball auf Jens Kastrop. Das ist gefährlich. Aber wir können es nochmal halbwegs gut rausspielen. Es ist da sehr, sehr eng. Gürligen nimmt hinten Martinia mit, Freunde. Martinia fast auf Höhe der Mittellinie. Nicht ganz, aber nahezu. Kastrop. Gürligen. Die Suche nach der Lücke. Westforsstadt steht gut. Wir finden absolut keine Möglichkeiten. Müssen da vielleicht ein bisschen das Tempo erhöhen. Wäre dann aber natürlich auf Kosten von ein wenig mehr Spielkontrolle. 1-0. Ayashi. 28. Minute. Wunderschön gespielt. Was ich gerade auch noch an die Aussage hin dranhängen will. Solange wir nicht den Ball verlieren. Es sieht vielleicht ab und zu mal ein bisschen kritisch aus. Aber solange wir es nicht tun. Zeugt das natürlich von absoluter Qualität. Und was ein Ball von Möller-Delhi. Und Ayashi, ich weiß nicht, aber ich glaube sogar durch die Beine von Urbeck. Zum 1-0. Freunde der Sonne. Das ist doch hier mal mit dem allerersten Schuss aufs Tor in dieser Partie von beiden Mannschaften. Ein schönes Ausrufezeichen. Was ein Pass von Mats Möller-Delhi. Und Ayashi mit einem tollen Abschluss. Die Westforsstadt sichtlich getroffen. Okunuki. Wenn er den aufs Tor kriegt. Schade. Meierhöfer. Ziges. Nicht jetzt noch den Ausgleich kassieren. Wieder Meierhöfer. Ball durchgesteckt. Horn. Gürleyen. Kastrop. Idee war gut, aber Okunuki, der nicht so wirklich entgegenkommt. Martina kann das wieder vereiteln. Ich gebe nochmal Konzentration mit für die letzten 4 Minuten. Es ist eine recht ausgeglichene Partie. Die Chance von Hayashi natürlich auch eine Wahnsinnsmöglichkeit. Muss man auch ganz ehrlich sagen. Absolute Top-Chance, wie wir das rausgespielt haben. 1 gegen 1 mit dem Keeper. Und Gott sei Dank nutzt er die. Avuccia. Auf Julian Green. Nimmt ihn direkt. Bleibt beim 1-0. Martina. Langer Ball. Kein guter Ball. Wir müssen ein bisschen gucken, wie wir das angehen im zweiten Durchgang. Also, dieser Treffer war Wahnsinn. Der war wunderschön gespielt. Geduldig. Und behutsam. Ohne viel Risiko. Aber bis auf diesen Angriff. Schwierig. Müller-Dehli. Handwerker. Oh, geht vorbei. Tim Handwerker. In der Mitte zwei Leute. Mal gucken, ob die Flanke kommen kann. Der Ball erstmal bei Müller-Dehli. Und ich bin mir nicht sicher, aber der könnte innerhalb gewesen sein. Sören Storx zeigt auf jeden Fall auf den Punkt. Gibt es jetzt hier die Möglichkeit zum 2-0? Lass den bitte innerhalb gewesen sein. Ja. Er war innerhalb. Er war innerhalb. Okay. Ähm. Das heißt. Ich glaube, ich lasse Hayashi schießen. Und Thailand Duman ist überfordert vom Zuruf. Und die haben die ähnlichen Fähigkeiten. Hayashi hat schon eins gemacht. Daichi Hayashi gegen Jonas Urbic. Kurz vor der Pause. 46. Minute. 2-0. Freunde, das gefällt. Das macht Spaß. Schon wieder zwei Treffer. Wieder eine 2-0-Führung im Derby. Auch wenn wir uns, wie gesagt, insgesamt meiner Meinung nach schwer tun. Aber wir ziehen das wieder auf unsere Seite. So. Die Frage ist nur, wie wir tatsächlich da ein bisschen reagieren. Also ich glaube, das gefällt mir ganz gut. Ich glaube, ich werde das geduldig reinnehmen. Ein geordneter Spielaufbau passen. Die Tiefe ist auch in Ordnung. Und den Rest werde ich erstmal so lassen. Wir probieren es rein in die zweiten 45. Es ist wieder so ein bisschen, man hat wieder das Gefühl, es ist der Klub aus der Hinrunde, oder? Wieder nicht krass überzeugend, aber so die wichtigen Dinge, die machen wir dann sehr gut. Da sind wir sofort da. Es ähnelt der Hinrunde. Und der Ichi Hayashi fasst mit einem ganz schnellen Moment und mit seinem dritten Treffer. Weil geht erstmal nicht rein. Mal schauen, wie die Westforsstadt da aus der Pause kommt. Aktueller Stand der Dinge übrigens, Platz 5. Drei Punkte jetzt wieder hinter Platz 2, 3 und 4. Julian Green mit der Ecke. Nicht rankommen lassen, nicht rankommen lassen. Und ich mahne das mal so ein bisschen an und gebe Konzentration mit. Also Horn mit einer 6,6. Da müssen wir fast reagieren. Okonuki auch mit einer 6,6. Frage ist halt nur bei Horn. Das ist ja unser Innenverteidigerproblem, wie wir das genau angehen wollen. Ihr wisst's. Ihr wisst's. Also, wir sortieren das nochmal. Okonuki raus. Wir bringen wieder Gianni Masuzun rein. Florian Flick raus. Dann müsste ich aber einen Puerta bringen. Dann müssten wir meiner machen. Wobei Stellungsspiel 7 war. Aber die Benedetto ist halt logischerweise... Der hat halt auch noch das... Das ist halt eher... Das haben wir ja gesagt. Der ist ja eher offensiv ein bisschen. Ein Fundo könnt's natürlich auch. Aber den seh ich da ja aktuell gar nicht. Der ist ja wirklich nur Backup. Oder lass ich Flick drin? Ich glaub, ich lass Flick dann erstmal drin. Ich lass ihn erstmal drin. Und Horn muss... Ich muss ihn auch drin lassen. Das ist wieder diese Kaderthematik, ne? Ich nehm mal Thailand-Dumann raus und bring Diet Benedetto als... Als... Äh... Carilero. Und lass Flick erstmal drin. Wie gesagt, ich glaub Flick und Kastrup, wenn mich nicht alles täuscht, beide bei... Ja, da haben wir's. Genau. Bei gelbem Kartner mit... Der Sperre. Aber... Auch wenn er jetzt nicht gut spielt, seh ich das irgendwie ein bisschen zu riskant dann. Wenn ich da jetzt einen Puerta bringe... Pettkopf. Oh, noch mal Pettkopf. Kein Elfmeter. Gieselmann. Flanke. Oh, die ist gut. Aber da war ich's drüber. 65 Minuten durch. Ich fordere mal wieder ein bisschen mehr. Zweiten Durchgang kommt so gut wie gar nichts. Ich mein, wir lassen nicht viel zu. Wir verwalten das ganz ordentlich. Aber wir müssen natürlich aufpassen. Wir müssen natürlich... Aufpassen. Den Rest lassen wir mal. Ich mein, es läuft. Passt, passt, passt. So, Flick jetzt mittlerweile mit einer 6-4. Ich glaub, Minute 74 kann man dann mal reagieren. Das heißt, wir bringen Puerta rein. Und wir bringen... Und das ist jetzt so ein bisschen die Frage. Chamra. Ich muss, glaub ich, eher einen Chamra auch nochmal rausnehmen. Und bring Enrico Valentini. Den Nürnberger Buben, meine Damen und Herren. Er darf auch nochmal ein bisschen im Derby spielen. Notentechnisch hätte man durchaus auch Handwerker rausnehmen können. Und Chamra drinnen lassen. Aber Chamra war ja angeschlagen. Da möchte ich jetzt nicht riskieren, dass der auch nochmal sich verletzt. Und Handwerker, vielleicht hat er nochmal was vor jetzt. Naja, so nicht. Petkov. Aufpassen. Immer noch Petkov. Abschluss. Kastrup. Hayashi kann ihn verlängern. 12 Minuten. Die letzten acht laufen. Einen Wechsel haben wir noch. Wir gehen nochmal rein. Gelbe Karte für Meierhöfer. Und wir bringen dann, würde ich fast sagen. Vielleicht bring nochmal einen Braun, oder? Als Linksverteidiger. Bringen wir nochmal einen Braun rein. Für die letzten fünf. Die Benedetto mit dem Freistoß. Das wäre mal was gewesen. Ist es heute jetzt sein Debütspiel? Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Wenn es sein Debütspiel ist, dann wäre es natürlich der Wahnsinn, direkt mal zu treffen. Das wäre insane. Oh, so ein Abgelegt. Okay. Rein in die letzten vier Minuten. Ich will auch gar nichts mitgeben. Ihr seht es, wir stellen taktisch nichts um. Freunde. Also es scheint so, dass wir wirklich das Hinspielergebnis, das Hinspielderby einfach mal spiegeln. Erst 0-2. Und jetzt wieder 0-2. Kann ich aber mal sowas von mitleben. Janis Horn. Mats Möller-Dehli. Jens Kastrup. Lukas Hösch, der Derbyheld, würde die Sportbild jetzt titeln. Und Chantuzum versucht es da nochmal mit dem Kopf. Interessant. Der Ball geht aber nicht rein. 93 Minuten und 23 Sekunden gespielt. Es bleibt beim 2 zu 0. Und damit wird das Ding auch amtlich sein. Mal gucken, wie die Konkurrenz spielt. Mal gucken, ob da nochmal der ein oder andere patzt. Allen voran Paderborn und Co. Göhle hier nochmal mit einem überragenden Zweikampf. Der Mann hat wahrscheinlich gehört, dass wir mit Finn Jeltsch natürlich den nächsten Top-IV in der Pipeline haben. Weil der performt da überragend. Und dann heißt es, Blick auf die Tabelle werfen und sich freuen. Dixen Abiyama. Julian Green. Nochmal mit dem Schuss. Ball geht aber am Kasten vorbei. Martenia kriegt den allerletzten Abstoß. Und dann ist das Spiel gleich aus. So ist es. Und damit gewinnen wir das Derby, Freunde. Derby-Sieger, Derby-Sieger. So schaut es aus. Elfmeter zugesprochen bekommen. Eine unfassbar stark herausgespielte Situation. Beide Chancen eiskalt genutzt. Und dann gewinnst du das Derby eben auch einfach mal. Und wie würde Manuel Riemann sagen? Ich weiß nicht, ob ihr den Clip gesehen habt nach dem Sieg der Bochumer gegen die Bayern. Machen wir Mallemucke an jetzt. Machen wir Mallemucke jetzt an. So. Elversberg verliert im Volksparkstadion gegen den HSV. Das heißt, wir sind jetzt auf drei Punkte dran. Paderborn hat noch nicht gespielt. Und Hannover hat auch noch nicht gespielt. Pauli gewinnt. Schiebt sich nochmal so ein bisschen weiter ran. Bis auf acht Punkte auf uns. Sieben. Entschuldigung. Sieben Punkte. Düsseldorf sieben Punkte weg. Aber das sieht ganz gut aus. Aber das gefällt mir schon super. Muss ich ganz ehrlich sagen. Und gleich geht es gegen Daniel Scherning. Und dann gegen Eintracht Braunschweig. Das Positive jetzt, was wir sagen können. Wen gewinnt 3-1 gegen Paderborn, Freunde? Es ist einfach herrlich. Das heißt, 44-44. Wir haben heute drei Punkte auf die beiden gut gemacht. Die Aktion war geisteskrank. Wir werden gleich nochmal schauen, wie der Sonntag abläuft. Dann können sogar auch wirklich nur drei Punkte auf den zweiten sein. Und dann ist alles wieder möglich. Und was ich gerade sagen wollte, nachdem wir ja 0-0 gespielt haben gegen Lautern. Jetzt also das 2-0 gegen die Westvorstadt. Das heißt, unsere Defensive ist auf jeden Fall wieder ein bisschen stabiler geworden. Und Hannover Spiel gegen Osnabrück. An der Bremer Brücke. Das ist definitiv auch alles andere als leicht. Aber mal gucken, wie Hannover performt. Haben ja wirklich individuell, das haben wir in der Statistik auch gesehen, somit die Besten und das zeigen sie auch, Christoph Schindler trifft. Ah ja, Christoph, ja. Mensch, ich jedes Mal Schindler und der Ferner. Mit Christoph und Christoph und Co. Schalke verliert. Oetrago trifft, aber Magdeburg mit dem Sieg. Braunschweig besiegt die Hertha. Unser nächster Gegner. Gar nicht so schlecht mit dabei. Schaut euch das mal an. Zweimal gegen Schalke verloren. Ansonsten, unabhängig von Schalke mit einer Serie. Also das wird nicht allzu leicht werden. Aber gut, das ist also soweit. Erstmal die Tabelle nach 23 Spieltagen. Wir sind wieder absolut dick im Rennen. Unsere Tordifferenz ist weiterhin irgendwie interessant. Die darf gerne ein bisschen besser werden. Aber alles in allem, glaube ich, können wir sehr zufrieden sein mit der Saison. 11 Siege, 8 unentschieden, 4 Niederlagen. Das sieht sehr gut aus. Freunde, in dem Sinn, wenn es euch heute wieder gefallen hat, lasst gerne ein Däumchen nach oben da. Wenn ihr mehr sehen wollt, Abo da, lasst nichts verpassen. Gerne die Links in der Videobeschreibung abchecken für den FM oder für die Livestreams auf Twitch. Und ansonsten gehe ich mich jetzt wieder ausruhen. Eine Folge schon aufnehmen. Gleich wird Nase geputzt, inhaliert, Tee getrunken, spazieren gegangen. Alles damit, dass es wieder besser wird. In dem Sinn, macht's gut. Und wir sehen uns dann hoffentlich morgen wieder in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao, ciao.